Wen haben wir denn jetzt? Ja, das schreckliche Ginyu-Sonderkommando. Furchterregende Magie. Oder nur ein Trick? Nein, da ist es Magie. Also, Guldo. Das ist Guldo, ja. Der kann nur die Zeit anhalten. Für eine kurze Zeit. Ich glaube, er muss Luft holen. Und solange er Luft geholt hat... Ja, sonst ist er eigentlich... Ja. Rikum und... Wie heisst er noch? Jetzt habe ich den Namen vergessen. Barta... Rikum ist saustark. Barta ist sehr schnell. Cheese... Der Rote ist eigentlich auch ziemlich stark. Aber den sieht man selten kämpfen. Und Ginyu kann Körpertausch und ist auch sonst... sehr stark. Aber sonst ist das... Ginyu-Sonderkommando zum Rauchen. Jedenfalls... Aber jedenfalls... So ein Goku sollte mal eintreffen. So ein Goku wäre die Hoffnung. Aber der trainiert in der Raumkapsel. Bis er auf der Erde angekommen ist. Gut. Vielleicht schaffen wir den. Also... Doch, sie schaffen ihn. Genau. Guldo schaffen sie noch. Nein, sie nicht. Sie nicht. Aber... Seht ihr? Der kann das. Ich muss ja gar nicht, dass ich es da so reingebaut habe. Äh, hallo? Da ist er! Alter! Du nervst! Dafür wirst du jetzt büßen! Mit Maut und setz mal den Stuttodisk ein. Ist ja gar nicht mal so übel. Und... Ja, toll. Genau das hasse ich an dem Spiel. Genau das. Dafür wirst du büßen. Aber du so eine Prellwurst bist du. Du kannst nur nerven. Und tschüss. Geh Bahn, du stinkst. So... Hallo! Kommt der mal? Ich fange ja noch. Ja, jetzt komme ich! Die Stuttodisk sind eigentlich tödlich. Aber naja. Ist ja nur ein Spiel. Ich habe nichts gedrückt. Jetzt kommt... Son Gohan! Dynamik-Kleidung. Ist ja auch noch was Nices. So... Ich weiß gar nicht, was du jetzt... Dich bewegst. Und jetzt kommt der... Baricu-Drama. Was es genau ist, weiß ich auch nicht. Hat auch nicht funktioniert. Naja. Achso! Zeiss ich wieder, was das ist. Das ist... eine geile Attacke. Da flippt er richtig aus. Was ist er noch mit dir? Zehn! Ja! Boom! Er flippt total aus! Es ist da, als... Jetzt weiß ich gar nicht. Ich glaube... Es ist, als er sieht wie... Ein... Zarbon... Einen Namekianer... Achso! Also Dendi glaub! Ja genau! Dendi! Also den bekämpft und... Da flippt er aus. Weil er fast Dendi tötet. Da flippt er aus und... Ja! Nein! Das wollte ich nicht! Oh gut! Jetzt komm ich aber nochmal! Dieser Tanz ist ziemlich praktisch! Die Telfen fast immer! Und da gehst er daun! Und was haben wir noch? Geht er wieder baden! Wer kommt jetzt? Nochmal Krillin? Krillin? Wird übrigens Kuririn geschrieben. Aber je sagt Krillin! Versuch's doch! Ja genau! Ich sag... Er erklärt es danach! Ich soll das hier... Vergeta plötzlich den hilft! Das erklärt bleibt! Das ist natürlich kein Problem für... Vergeta! Ich stelle mich grad so saubelt an! Ben! Und Ben! Und Ben! Und Ben! So! Da zieht er wieder weg! Irgendwie nehme ich nochmal die Gallic-Kanone! Na komm her! Finale Explosions-Kanone heisst er natürlich! Also! Guldo friert... Äh... Friert kurze Zeit an! Da kann er... So'n Gohan... Und Krillin... Äh... Betäuben? Nein! Nein genau! Doch! Er kann sie betäuben! Er friert die Zeit ein und... Dann... Mit einem grossen Wurfspiess will er sie aufspiessen... Und in letzter Sekunde kommt er geht da und... Ja... Haut... Haut... Guldo sprichwörtlich die Rübe runter! So! Davon! Deshalb greift... Vegeta ein! Guldo! Wir haben Guldo verdient! Und jetzt sollte er eigentlich... Son Goku kommen und... Der hat natürlich keine Probleme gegen... Guldo! Äh... gegen... Rikum! 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 Gegen Rikum sterben! Vegeta! Killin! Und Son Gohan fast! Aber... Dann kommt... In letzter Sekunde sprichwörtlich... Kommt... Son Goku! Aber das sehen wir erst in dem übernächsten Kampf! Gut! Wir kämpfen aus Rikum! Und dann machen wir... Die anderen drei fertig! Ich hoffe es wird nicht dasselbe Kampf wie... Vorhin gegen... Na wir sind da... Allein aber... Selbst... Alter! Ihr habt ja gesehen wie... Viel Energie... Piccolo hatte ich! Das war ja... Uhhh! Ne? Aber jetzt soll das dann gehen! Rikum! Also Rikum ist... Wirklich! Ohne Witz! Viel stärker als die anderen drei! Im Manga und im Anime! Da können sie alles versuchen! Sie können ihm... Sie könnten ihm ne... Selbstgebastete Atombombe um die Ohren hauen! Der... Lächelt nur! Spucht da ein bisschen... Die Zähne aus! Oder seine eigenen! Und ja! Ok! Wir haben... Sogar ein bisschen mehr Energie! Das könnte uns sogar... Helfen! Und ja! Ich mach hier meine Stand-Attacken! Weil... Ich hab ja gesehen was man kann! So! Aber ich find die anderen Attacken epischer! Das bringt ja irgendwie viel mehr, finde ich! Er macht was in die Hose! Naja! Was hat der für eine Attacke? Ich weiss gar nicht! Der hat den Rikum-Ulter-Bombe! Und das fetzt ganz schön rein! So wenn das so weitergeht, haben wir die... Ohne Probleme! Geh mit! Ich glaube noch einmal mit uns haben! Und haben wir es sogar mit Vergeta! Gegen Vergeta! Na komm Vergeta! Zeig mir dann ist... Ok! Das war schon mit Vergeta! Ach komm schon! Ja! Vergeta ist ziemlich am Arsch! Jetzt macht er seine Posen! Und da... Mit dem Rikum! Und der Bombe! Ach ja! Ich hab dann vergessen, dass es... So! Den auch noch! Dann kann er noch so viel machen! Rikum ist stärker! Einer down! Und wir sind kaum verletzt! Wie im Anime! Ich versuche das ziemlich nahe Gitao nachzustellen! Wenn es schon so schön inszeniert ist! Für die damaligen Verhältnisse wirklich Anime-Qualität! Ne? Kann man nicht so viel anders sagen! Gut! Bata redet das oft! Bata und Cheese! Die reden nur... Die schauen nur zu! Spätestens wenn so ein Gochwein greift! Das kommen sie auch! Aber dann haben sie auch kein Brot mehr! So! Und jetzt! Du kannst du dein Fett weg! Nicht so lange ausholen! Bam! Und Bam! Und Bam! Und Bam! Und Volleyball mit Quillin! War nicht nett, aber es war gut! Rikum Donnerblitz! Was haben wir noch? Ich meine, ich hab's an Kampf nicht, aber man hat sie echt leicht mit! Ja, man hat sie ziemlich leicht! Also im Manga haben sie und im Anime haben sie kein Brot gegen ihn! Das muss ich eigentlich mal wissen! Da kann sie noch so viel machen! Riko! Bulgabombe! Der kommt im Anime gar nicht vor! Und im Manga! Der wird nur angedeutet! Aber das wäre auch das hohes Urteil für die anderen! So! Ich glaube, das reicht sogar! Auf dich! Nicht mal funktioniert! Quillin! Komm doch her! Ich hab was für dich! Bam 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 Bam! Alter! Jetzt plötzlich fängt er noch an, hier zu skillen, ne? Wird dir aber nichts nützen, Quillin! Tut mir leid! Du bist down! Oder spessestens! Jetzt! Voll durchs Gemüse! Ja, ja! Riko nimmt die Schnauze nur zu voll mit deinen Männertiteln! Ich hab ihn so hart wie ich kann! So! Der Letzi! Bekanntes als Jin! Dann war's das! Oh! Da hab ich jetzt Angst vor dir, so'n Gohan! Beziehungsweise, er weiß ja gar nicht, was ist so'n Gohan! Er kennt ja so'n Gohan gar nicht! Für ihn ist das einfach ein Gegner! Bam! Also Vegeta! Der wird zu den quasi Guten folgendermaßen! Er spürt natürlich Auren! Und als er Sabon und Doria getötet hat, dann sucht er weiter die Dragon Balls und plötzlich, während er mit... Er... Also, es gibt einen Wettreff! So'n Gohan, Kilin, Bulma gegen Vegeta! Neben Friesers Truppen! Denn jeder wird die Dragon Ball natürlich vorher bekommen und sie verstecken sich vor... Also, sie verstecken sich vor Vegeta und so! Weil er Auren spüren kann! Und als er fast dabei ist, die anderen zu töten, spürt er in letzter Sekunde... Also für die anderen in letzter Sekunde spürt er die Auren des Ginius Sonderkommandos! Also, es ist so! So'n Gohan und Kilin sagen, ey, wir spüren etwas! Und dann sagt Vegeta, ja, was? Was willst du? Wir lenken dich vom Kampf ab! Wir spüren 5 Energien! Und dann wird Vegeta klar, das ist das Ginius Sonderkommando! Und da haben sie nur gemeinsam eine Chance! Und deshalb schließt er sich dann den anderen an! Und sie kämpfen gemeinsam gegen Friesers Truppen! Ja! So wird Vegeta wie damals Piccolo, als er Raditz zum ersten Mal kennenlernt, so quasi, wie der einer wurde quasi gut! Und so! Die hab ich jetzt mal in den Boden! Die Schicht im Schacht! Und vielleicht noch... ne, das war nicht so gemeint.... noch das hier und da, Das reimt sich sogar gut. Son Goku zeigt erstmal Rekum mit einem Klaps wie es geht. Und dann Cheese und Bata. Also Cheese wird sogar noch von Vegeta getötet. Weil Vegeta ist ja dann wieder reanimiert. Haltet durch! Son Goku trifft endlich ein. Das war so episch. Ich hoffe sie haben das ein bisschen... Er kommt im Manga und Anime in letzter Sekunde. Plötzlich spüren sie eine Energie. Sagen sie... Hey warte mal Rekum. Wir spüren eine Energie. Auf dem Scouter. Und dann kommt die Raumkapsel mit Son Goku. Dann kommt Son Goku. Er kann natürlich seine Kampfkraft unterdrücken. Und sie... Was ein kleiner Wicht. Den spitze ich da. Den stapfe ich doch in den Boden. Und ja. Die anderen mit dem Scouter merken das nicht. Aber die Z-Gruppe merkt natürlich, dass er immer für den Bruchteil einer Sekunde seine Kampfkraft unermesslich erhöht. Und so kein Problem hat. Und das noch ohne... Super Saijin Energie. Na gut. Er weiss erst noch gar nicht, dass er das kann. Was sagt ihm dann erst? Das vergeht hat. Ja. Du hast keine Chance gegen mich. Ich darf dir ehrlich sagen. Er hat zwar mehr Energie. Aber was kümmert er uns? Kein Bisskampf. Erstmal eine Genki-Dama. Das tut dir gut. Du alter Hut. Du alter Hut. Du hast ja noch eine Chance gegen mich. Wie sehe ich überhaupt? Ah man, das habe ich doch nicht kommen sehen. Wir haben gewonnen. So, ich möchte mal... Nein! Nein! Das war blöd. Ja, voll denn irgendwie kaisleistig. Alter, bist du eigentlich nicht ganz dicht. Du kannst mich doch ständig nur attackieren. Bam! Hey! Ja, ja. Tu, was du dich lassen kannst. Ja, ja. Und... Bam! Aber das bringt's. Also hier setzt er sich noch ein. Aber die Manga sagt Son Goku, Sorry, ich habe nicht so viel Zeit. Und... Bam! Voll im Rücken. Aha! Was haben wir ja für Attacken? Ich will jetzt mal... Auschecken. Ja... Geht so. Wie kriegt das... Gelbe vom Ei haben wir hier. Äh... Wollte ich nicht. Ich wollte das andere einsetzen. Egal, wir sind jetzt. Stärke dank Kaioken. Voll gebasht. Okay. Mit Kaioken. Lass ich die halt kurz nach. Hi! Wie geht's dir? Ah, Mann! Also... Im... Manga und Dami animiert natürlich... Rikum. Kein Brot gegen Son Goku. Oh, sie es wisst! Alter! Ja, sie will ja schon ein bisschen mehr wie ich. Aber wir sind stärker. Wir sind eh stärker. So. Ihr nervst nämlich ganz schön. Was ist... Was ist jetzt die Kaioken, finde ich schon? Ach ja, genau. Das hier! Das hat gut getan! Das hat die Attacke gegen Nappa. Kann man auch hier verwenden, natürlich. So. Dann trifft er wieder mal nicht. Bam! 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 Und bam! Wir sind klar im Vorteil. Auch wenn man es vielleicht nicht glauben mag. So. Noch eine Kamiha ins Gefräß. So. Ich brauche ein bisschen Zeit, meine Attacke aufzuladen. Und... Los geht's! Für dich, mein Liebchen! Ah, Mann! Echt jetzt? Ich glaube, ich verliere. Ich verliere. Nein, ich gewinne! Yeah! Soll das gewesen sein. Tschüss! Rikum! Yes! War doch schön! Und tschüss, Mann! Da geht er down! Also, er... Als Rikum die Attacke ausfüllen möchte, sagt natürlich Goku... Oh, sorry! Du hast deine Deckung vernachlässigt! Und Rikum aber... Und... Und... Boah! Ist er tot! Und... Son Goku lässt übrigens die Leute immer leben, ne? Also... Und 99,999%! Aber als dann... Die am Boden sind, kommt natürlich... Vergeht er und... Und... Killt ihn noch! Son Goku ist... Und Son Goku ist natürlich dagegen! Er sagt, was... Wieso tötest du sie? Sie sind... War doch K.O. Und vergeht er! Ja, so wirst du nie ein Super Saiyajin! Mit deiner Schwächlichkeit! Und Son Goku... Ja, was... Was ist ein Super Saiyajin? J sofort je sch Tre叔! Mit Deiner Irk tua quer? Cool.